Hallo Monson, der Worldfreunde. Super News für die Playstation und die Xbox. Wir haben neue Kooperationen und neue Quests bekannt gegeben. Und zwar wie sieht es aus, am 4. Oktober wird es drei neue Quests geben. Das erste ist das neue Event Undying Altenglow. Hier müssen wir gegen einen Arch-Tempered Zora Magdaros kämpfen, um die Zora Y Rüstung zu bekommen. Das zweite was dazu kommt ist, wenn Blue Dust so passes Redlust. Hier Battle and Arch-Tempered Lunastra to get the Empress Y Armor Set und Sakura Late Armor. Das heißt hier das nächste Event. Und das letzte ist und zwar das Event Horizon Zero Dawn Special Collaboration. Hier bekommen wir das Alloy Y Full Set. Und zwar hier müssen wir dann gegen einen Miniatur-Tempered Deviljoe kämpfen, um diese Tickets zu bekommen. Das Release Datum vom letzten, das wird noch bekannt gegeben. Hier bin ich mir nicht sicher, ob das Event auch eben schon am 4. Oktober kommt. Aber ich blende euch auch das schon nach der Reihe ein. Hier gibt es eben dann diese neuen Quests, beziehungsweise diese neuen Events auf der Konsole. Ich hoffe diese Info hilft euch weiter. Ich würde euch um Kommentare, Like und natürlich ein Abo freuen. Und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.